Das war einmal mit dabei. Mitarbeiter, die hier wirklich Großartiges leisten. Man sieht es an unseren tollen Produkten, die hier täglich gepartigt sind. Und ja, möchten wir einfach Danke sagen. Wir würden uns auch sehr freuen, an Kartenbestellungen und Näharbeiten und so weiter zu bestellen. Die Kunstbundgruppe würde sich sehr über individuelle Bildaufträge freuen. Wir freuen uns sehr über Besuchergruppen. Planen Sie so recht herzlich ein, uns hier in unserem Werkstattladen zu besuchen.